Was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel das zu bearbeiten. Wir haben es schon herumgeschoben. Wenn ich mit der rechten Maustaste draufgehe, habe ich hier eine Werkzeugleiste. Mit dieser Werkzeugleiste kann ich verschiedene Sachen machen. Hier eben einfach auswählen, das Normale. Hier kann ich schneiden. Kann ich jetzt zum Beispiel das hier ausschneiden. Ich kann auch noch mal näher hingehen, damit ich genauer sehe, was ich eigentlich geschnitten habe. Ich kann das dann auch wieder zusammenkleben, wenn ich das will. Ich kann hier zum Beispiel das lauter machen, genau diesen Bereich. Oder total leise machen. Das kann ich noch leiser machen, dann hört man das mal. Okay. Jetzt mache ich es wieder ungefähr auf normal hier, auf 0. Ich kann jetzt zum Beispiel das rausnehmen, irgendwo anders hin tun. Viele, viele Möglichkeiten. Ich kann den Zoom verändern, ich kann stumm schalten, dann würde man das nicht mehr hören. Ich kann den Stift benutzen. Der Stift ist sehr praktisch. Mit dem Stift kann ich jetzt zum Beispiel bestimmte Reiche lauter oder leiser machen. Zum Beispiel mache ich jetzt hier, fange ich mal an, das soll noch laut sein. Dann soll es hier beständig leiser werden. Und dann mache ich es mittlerweile unten. Dann soll es hier mal ganz laut werden und hier soll es dann wieder ganz leiser werden und dann soll es wieder laut werden. Das verschiebe ich jetzt nochmal nach unten. Und wenn ich mir das jetzt anhöre... Okay, macht jetzt für unser Lied, für diesen genialen Rap einfach keinen Sinn. Aber ihr seht, was man damit machen kann. Kann man danach auch jederzeit wieder verändern hier. Schwuppdiwupps. So, wir haben jetzt eine etwas modifizierte Aufnahme. Wir haben da unten unseren Beat. Der Beat ist noch ein bisschen lang. Der dauert nämlich zwei Minuten, obwohl wir nur ganz wenig vorne was haben. Deswegen werde ich jetzt beide anwählen und die hier kürzer ziehen. Und werde hier hinten noch, da oben, das packen, dann wird es da leiser. Dann hört ihr jetzt. Ha, ist noch gemutet. Wieder muten. Okay. Und als nächstes werden wir exportieren. Bevor wir das exportieren, machen wir noch was anderes. Wir mischen es nämlich erstmal ab. Wie hört es sich denn an? Ha, was gehört? Fast nicht gehört, was ich da eigentlich gesungen habe. Sieht man auch hier unten, dass das nur bis hier hingeht und es immer da oben ist. Man muss sich generell bei Lautstärke immer so vorstellen. Das ist nicht linear. Das heißt, hier ist nicht irgendwie halb so laut. Sondern normalerweise ist es so, ich hoffe mal, das ist hier auch richtig so und ich sage nichts Falsches, dass praktisch, ich glaube immer 8 Dezibel sind die Hälfte der Lautstärke. Das heißt, da oben passiert dann am meisten. Das heißt, praktisch hier ist vielleicht irgendwie halb so laut. Im Gegensatz zu da oben und hier dann wieder und so weiter und so weiter. Genau. Also, wir haben jetzt das Problem, dass es noch zu leise ist. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, es lauter zu machen. Wir können es hier so lauter machen. Jetzt sieht man schon, dass es hier lauter geworden ist. Die andere Möglichkeit ist, dass ich hier lauter und leiser mache. Da mache ich den ganzen Kanal lauter und leiser. Also die ganze Spur. Hier mache ich nur dieses Stück lauter. Das ist ja nicht lauter geworden. Aber durch das Hochziehen hier oder das Leiserziehen hier ist natürlich auch das lauter geworden. Und jetzt muss ich schauen, dass es im richtigen Verhältnis ist. Das heißt, ich tue Abmischen. Ich mische ab die verschiedenen Kanäle, sodass die verschiedenen Spuren damit passt. Dass wir hier innerhalb des Programms hier rüberkommen, ist nicht so schlimm, weil innerhalb vom Programm klippt es nicht. Es klippt nur beim Reinkommen und beim wieder rausgehen. Also, ein zweiter Grund, warum es nicht so richtig klippt ist, hier zumindest beim rausgehen klippt, ist, dass ich verschiedene Effekte aufgelegt habe. Moment, ich mache das jetzt hier auch noch so laut ungefähr. Ich schaue mal, wie laut war ich dann hier. 11 dazu. Noch weiter. Angekommen. So. Wir haben hier nämlich verschiedene Effekte schon aktiviert, die schon im Hintergrund laufen. Ich gehe hier auf Effekte. Das sind jetzt praktisch Effekte, die auf allem laufen, also mit anderen Worten auf dem Stereo-Signal. Ich kann auch hier bei den einzelnen Spuren Effekte drauflegen. Das sieht genauso aus. Die sind dann nur für die Spur giltig. Was ich hier mache, ist, dass ich ganz hinten einen Effekt drauflege. Ist in bestimmten Situationen gut, in anderen nicht so gut. Eigentlich müsste ich das da unten nicht noch mit dem Effekt versehen, zumindest nicht mit den Effekten, die ich hier habe. Aber ich mache es jetzt hier einfach der einfache Halter aber so. Weil da hat jemand schon genau die Effekte draufgelegt, die hier nämlich sind. Nämlich wahrscheinlich einen Kompressor und einen Limiter hat er benutzt und wahrscheinlich noch ganz viele andere. Da kann man sehr, sehr viel machen. Hier gibt es alle möglichen Sachen. Was man zum Beispiel noch für Gesang benutzt. Nur für den Gesang ist dann zum Beispiel ein Raum. Ein Reverb. Wo man einen bestimmten Raum hinlegen kann. Da kann man so Effekte machen. Ist das nicht schön. Hier ist es gleich mal geklippt. Aber das braucht man nicht. Den mache ich auch wieder aus. So, was ist drin? Der Kompressor. Der Kompressor, der hilft mir, dass das Ganze lauter wird, indem er es leiser macht. Hört sich komisch an. Ist aber so. Also, wir hatten hier unsere Spur. Und hier ist es so, dass hier, wie gesagt, das sind eher die lauteren Sachen. Da in dem Bereich passiert mehr als hier unten. Es ist so, dass praktisch die höchsten Täler bestimmen, wie laut ich alles machen kann. Insgesamt. Weil sonst klippt es ja hier wieder. Also, ist es ein Problem, wenn ich an bestimmten Stellen lauter bin als an anderen. Das passiert aber immer und ist auch ganz normal. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich die höchsten Täler einfach zusammendrücke. Nicht oben und unten abschneide, wie beim Klippen. Das hört sich komisch an. Sondern einfach ein bisschen zusammendrücke. Und dafür ist der Kompressor da. Der drückt quasi die von oben und unten ein bisschen zusammen. Die Sachen in der Mitte, in dem Bereich praktisch, die werden nicht kleiner dadurch. Sondern nur die Sachen außen. Wie das sich genau verhält, kann man sehen, wenn man da draufklickt. Kompressor. In dem Bereich der Lautstärke, das ist jetzt praktisch, muss man sich vorstellen, wenn man eine Welle hätte, würde es in beide Richtungen gehen. Aber das ist jetzt nur die Darstellung nach oben. Bis zu der Lautstärke ist nichts. Da ist das, was reinkommt, das gleiche, wie was rausgeht. Aber später hier ist es so, dass das, was reingeht, hier ganz hinten ist. Und das, was rausgeht, ist aber leiser geworden. Das heißt, in dem Bereich macht er leiser. Das kann ich auch verschieben. Kann ich auch in der Struktur ändern. Kann man unterschiedlich machen. Das presst quasi eben diesen Bereich, der Lautstärke, zusammen. Und das zusammengepresste kann ich dann insgesamt lauter machen. Dafür ist der Make-up da. Dass es dann insgesamt wieder lauter wird. Jetzt ist es so, das mache ich meistens auf Auto, dass ich dadurch, wenn ich den Kompressor nehme, da wird alles schön zusammengedrückt. Und danach kann ich alles lauter machen. Dann hört es sich insgesamt lauter an, als es vorher war. Der Limiter, der hilft mir. Der ist wie ein Kompressor, nur der ist ein Limiter, der ganz, ganz, ganz hart ist. Und zwar ganz knapp vor dem Punkt, wo er klippt. Und diesen Limiter, den habe ich noch dahinter gelegt, damit es eben nicht so viel klippt. Trotzdem, wenn ich hier zu laut bin, dann klippt es hier wieder. Dann muss ich wieder alles leiser machen. Oder auch bestimmte Stellen leiser machen. Wir haben hier gesehen, wie ich auch bestimmte Stellen leicht leiser machen kann. So, ähm, habe ich noch was vergessen? Gerade sehe ich nichts. Das nächste wäre jetzt eben wirklich dann das Exportieren. Huah. Bevor wir nun eine frisch gebackene MP3 in den Händen halten, müssen wir erstmal sagen, was wir überhaupt exportieren. Das eine ist, das da ist der Bereich, den wir exportieren würden. Den wir praktisch auch in eine MP3 oder in eine Waffdatei umwandeln würden. Das ist viel zu lang, da wäre ganz viel ruhig. Also schiebe ich das hier so hin, dann passt es von der Länge. So, dann, das zweite ist, wir haben diese beiden Spuren vorher noch leise gemacht. Wenn ich hier vorne höre, höre ich zwar ganz laut den Sound, aber der Grund dafür ist, dass hier auch ein bisschen von dem hier drauf ist, weil ich das vorhin abgespielt habe, als ich aufgenommen habe. Und vom Setup, das jetzt bei mir so war, dass man das drüber gehört hat. Deswegen haben wir nochmal so einen Aufnahmeraum, in dem aufgenommen wird und geschrien wird. Und draußen hört man dann auch den Sound. So kommt man sich da nicht in die Quere. Aber, wenn ich das hier anmache, so passt es, so hört es sich an. Also, jetzt werde ich exportieren, Datei, exportieren, Audio Mixed Down. Dann, da kann ich einen Artisten- und Liednamen angeben. Hier sage ich, dass es eine MP3-Datei werden soll, anstatt zum Beispiel einer WAV-Datei. Eine WAV-Datei ist praktisch das, was auf einer CD drauf ist und ist meistens immer so, in den meisten Settings die beste Audioqualität. Und hier, die MP3 ist eigentlich schlechter, aber viel kleiner und deswegen nehme ich die jetzt auch gerade. Unter 192 würde ich eigentlich nicht gehen hier. Hier kann ich dann auch noch bei der MP3 sagen, wie das Ganze nochmal heißen soll. Das sind zwei unabhängige Sachen voneinander. So, und dann tue ich exportieren. Normalerweise hätte er mich jetzt noch gefragt, wo er es hin exportieren soll. Das hatte ich vorher aber schon eingestellt. Nämlich hier, Datei, exportieren, Audio Mixed Down. Hier, der tut es in meine Projekte rein. Kann ich auch woanders hin stellen. Hier rüber. So, ich speichere jetzt nochmal ab. Und schau mal, was habe ich denn mir jetzt geholt. Meine Projekte. Hat das Liedname. Ihr erinnert euch, wir haben noch vorhin diese Lautstärke da so ein bisschen verändert. Und hier ganz hinten wird es dann leiser. So, ist das nicht schön? Wir sind fertig. Wunderbar. Das packt man jetzt am besten hier noch rein. Dann hat man gleich alles schön gebackupt. Hier in diesen Dateien im Audio sind die ganzen verschiedenen Aufnahmen drin. Und ist das nicht großartig. Und ist das nicht großartig? Na, ihr habt noch nicht genug, also noch ein paar ganz kurze Infos. Unter der Adresse hier und unter vielen anderen natürlich auch, findet man Informationen, ulrichthausen.com, Studio Tipps, was man noch so alles machen kann. Ich gehe da mal hin. Da findet man eine Einleitung zu unserem Studio. Wie kann man richtig einpegeln? Wie nimmt man ein Wrap auf? Dann, was ist Clipping? Was ist ein Kompressor? Wie komme ich an einen Beat, den ich auch verwenden kann? Dann gibt es verschiedene Videoanleitungen für Cubase und für die Maschine und so. Alles Mögliche kann man sich schön anschauen und ein bisschen zurücklehnen. Und da gibt es noch weitere Tipps. Was ist die E-Maschine? Das spannende Teil. Und so weiter und so weiter und so weiter. Da kann man sich auch Lieder anhören, die wir gemacht haben hier im Studio. Und hat dann auch nochmal das Bild, das ich hier auf dem Hintergrund habe. Und man kann hier sogar reingehen und alles Mögliche tippen, wozu man Lust hat. Da könnt ihr ganz, ganz viele Kommentare, Sachen reinmachen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Genau. Ist das nicht schön? Und ich habe noch eine Sache, die ich loswerden will. Und das ist das hier. Der Monitor. Wenn ich sage, ich nehme hier auf einer Spur oder auf mehreren Spuren und dann hier die Monitor aktiviere, dann hört man direkt auf dem Lautsprecher das, was ich gerade spreche. Das heißt, ich habe es wieder ausgemacht, man hört nicht, was hier reinkommt und dann drinnen passiert und da wieder rauskommt, sondern man hört, bevor es überhaupt zum PC kommt, genau das, was beim Audio Interface reingeht. Das ist in vielen Fällen gut, damit die Leute sich gut hören können während dem Aufnehmen. Da hat man keine Lizenz. Das heißt, da ist nicht der PC dazwischen und braucht vielleicht eine Menge Zeit. Und dann hört es sich irgendwie komisch an, weil man zeitverzögert erst hört, was man gerade rappt. Auf der anderen Seite hat man keine Effekte drauf. Die Effekte sind hier drin. Die passieren im PC und nicht vor dem Reinkommen. Wenn ich jetzt so aufnehme, lalalalalala, dann habe ich das aufgenommen. Ich mache das hier nochmal leise. Wenn ich das dann abspiele, hört man das aber nicht, weil man hört ja nicht das, was hier im PC passiert ist, man hört nur das, was reinkommt. Und reinkommt gerade nichts. Jetzt, wenn ich das wieder ausmache. Dann hört man sehr wohl, was da passiert. Gut, das war noch wichtig zu sagen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.